schon dabei das dach ist doch ankommen doch ja, ich kanns dachern die Überkopterarbeit ist ungesund, aber ich kanns jawoll das reicht, wenn ich ein Zipfelchen berühren kann das ist total gut ja, es geht ja fein, fein, fein als Spitun reparier ich aus der Ferne die Seite ist fertig das ist doch das ist sowieso fertig auch fertig ja, es geht juhu ich freue mich ja schon auf die Gewächshäuser das geht ja, es geht ach Katze, was ist denn? mao 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 ich glaube ich muss sie füttern ich würde sagen nach dem Gewächshaus mache ich eine kurze Katzenfütterpause ok ok ja ja oh das war es schon gut gut wo ist das Gewächshaus direkt bei dem Quest-File das ist sie mhm hast du deine Aufgabe erledigt? ach das klingt immer so streng ah Apfel 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 ja so, aber jetzt hier wow erstmal außen, oder? flipp 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 hier kann man das leider mit dem Dach nicht machen flipp 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 bald haben wir einen kompletten Fuhrpark von Dach flipp Tja mein Ziel irgendwann mal den Euro Truck Simulator zu... zu let's playen, sozusagen zu streamen. Immer mehr in weite Ferne. Aber irgendwann machen wir den. So, was haben wir hier noch? Mhm. So. Mhm. Ähä. Da ist noch mehr. Ohja. Mhm. Nein. Jawohl. Dümdüm. Okay. Bling Bling Musik. Dieser Musical-Einschlag. Njep, njep, njep. Ist das überhaupt Blödsinn? Ich weiß es nicht. So, hier noch. Da. Na. Hier ist nix mehr. Das ist gut. Mhm. Hallo. Okay. Ein bisschen auslaufen ist. War es das falsche Gewächshaus? Nein. Ach. Das, das musst du auch erst mal sehen. Okay, das ist neu. Hallo. Irgendwie schon wieder aus dem Fokus raus. Hm, das da auch noch. Okay. Alter, das ist ja ein richtiges Suchspiel. Das ist dann aber doch, ob das auch gewesen soll, oder? Oh Mann. Ach, hier noch. Gut. Und da noch. Aha. Ich krieg meinen Hänger. Tag. Es war viel Arbeit. Aber ich bin gerade fertig geworden. Alles erledigt. Großartig. Danke. Sie können den Hänger nehmen. Und hier ist ein kleiner Bonus von mir. Was gibt's denn? Was gibt's denn? Danke. Wir sehen uns. Was für ein Bonus? Ja. Noch nicht. Entschuldigung. Aha. Und was ist der Bonus? Da ist er. Hast du deine Aufgabe erledigt? Ja. Achso, ne. Noch nicht. Hä? Wieso? Wieso habe ich noch 2.000 Euro? Habe ich mich da irgendwie verrechnet? Egal. Super. Hi. Hi. Guten Abend, mein Freund. Kann ich Ihnen behilflich sein? Hast du doch schon. Nein, im Moment nicht. Gut. Hätte ja sein können, dass du... Das ist alles. Danke. So. Was hatten wir noch? Ähm... Da war das letzte. Düngestreuer. Und was haben wir da? Da? Ähm... Ah, da können wir ja gleich zurück. So. Wir gehen noch da hin. Ballenhänger. Na ja. Kühlerverteiler doch. Ähm... Bin ich jetzt richtig? Ja. Dann kommen wir mal hier. Boah, ich bin noch fit. Boah, ich bin noch fit. Jetzt noch ein Apfel muss. So. Und dann gehen wir noch ein paar Meter. Ja. Weil wenn ich da auch was reparieren muss, dann machen wir alles in einem Rutsch. Ich will kein Fell kaufen. Ja. Lydia ist schüchtern. Macht mich ja auch ein bisschen an. Aber ich habe mich eigentlich schon entschieden. Ich habe den Namen zwar vergessen, aber ich finde die wieder. Bist du Lydia? Hallo mein Hübscher. Ich bin Lydia. Schön dich zu sehen. Das ist alles so schüchtern, ja? Hallo Lydia. Ich wollte fragen, ob du Hilfe brauchst. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Nun, da du fragst. Ja, ich brauche Hilfe. Aber ich befürchte, das schaffst du leider nicht. Raus damit. Ich kann viel machen. Anbauen, reparieren. Sag schon. So lieb von dir. Aber meine Probleme sind anders gelagert. Es gibt da einen Mann. Und nun, ja. Ich meine, ich... Jetzt erzähl schon. Bäh, bäh, bäh. Nun, er ist so charmant und gut aussehend und so hinreißend. Ich würde ihn so gerne fragen, ob er mit mir am Samstag zum Tanzen geht. Aber ich traue mich nicht, ihn selber zu fragen. Das machen wir. Um genau zu sein, fürchte ich mich davor, mit ihm zu reden. Obwohl ich es so gerne tun würde. Ich denke, ich kann mit ihm sprechen. Aber ich arbeite nicht umsonst. Das ist ein bisschen eklig, oder? Alles, Schätzchen. Alles. Was möchtest du? Ich könnte Ausrüstung brauchen. Ist dieser Düngestreuer verfügbar? Wenn du mir hilfst... Ich brauche ihn sowieso nicht. Ich meine, wenn du mir hilfst. Ich schaue, was ich tun kann. Wer ist dieser Gentleman? Hast du? Das ist Will... William. Er wohnt die Straße runter. Schönes Haus. Nicht zu übersehen. Ich bin auf dem Weg. Okay. Was? Moment. Wo ist William? Nein. Ach so. Na, da fahren wir doch mit dem Zug hin. Mit dem Bus hin. Ist hier die Bus halt still? Ich glaube, ja. Oder? Äh... Ja, gleich. Da vorne. So, bevor ich hingehe, muss ich mal gucken. Ja. Hauptstraße. Rechts. Links. Zack. So. Jetzt nochmal die Map. Ich muss da hin. Also muss ich zu dem hin. Na? Mhm. Oh, da sind viele Leute. Zack. Oh, bist du es wieder? Kennen wir dich? Viel Glück. Wir sehen uns. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ist die irgendwie... Nö. Hallo. Kann ich helfen? Ah. Nun, ich komme gerade so vorbei, wo wir davon reden. Kennst du eine Frau namens Lydia die Straße rauf? Es könnte sich... Nun, wer kennt sie nicht? Sie ist eine echte Schönheit. Aber schüchtern. Ich habe versucht mit ihr zu reden und sie scheint mir aus dem Weg zu gehen. Schade. Oh, ist das so schlimm. Oh, ist das so schlimm. Ich komme noch kurz mit dir. Vielleicht kannst du ja auch noch... Erzählen Sie uns. Nein. Wer bist du? Es könnte sich ein bisschen Positiven verändern. Es könnte sich ein bisschen Positiven verändern. Es könnte sich ein bisschen Positiven verändern. Und? Schönes Wetter. Das dachte ich auch gerade. Nein. Viel Glück. Wir sehen uns. Absolut. Äh. Hallo. Hallo. Kommt drauf an, wie du das siehst. Äh. Wieso kann man mit denen handeln? Wieso kann man mit denen handeln? Viel Glück. Wir sehen uns. Sie stehen wirklich in der Reihe. Hallo mir. Guten Tag. Hallo. Äh. Kann ich Ihnen behilflich sein? Im Moment nicht. Nein, im Moment nicht. Warum, warum? Das ist alles. Danke. Und du? Tag. Gera. Gera. Guten Tag. Wo stehe ich denn drauf? Tipps. Haben Sie ein paar landwirtschaftliche Tipps für mich? Verliere das Heu nicht nach der Ernte. Forme es zu Ballen. Du kannst die Tiere damit füttern oder die Ballen verkaufen. Ja. Okay. Okay. Äh. Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Nein. Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund... Was? Na komm. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. So. Super. Und du? Lasst uns reden. Mhm. 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 Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Nein. Im Moment nicht. Okay. Wir sehen uns. Viel Glück. Wir sehen uns. Mhm. Und die letzte? Ja. Ja. Hm? Hm? Ja, die ist wirklich schön, aber nein. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, im Moment nicht. Tschüss, süß. Aber... Danke. Wir sehen uns. Ich hab mich ja schon entschieden. So. Dann gucken wir noch mal ganz schnell auf die Karte. Was? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein!